Hallo, liebe Christian Schoermeyer, Partner, Beziehungscoach und Psychologe und das ist mein Video-Blog rund um die Themen Dating, Beziehungen und Liebe. Spätestens ab Mittwoch überall erhältlich. Guckt auch gerne mal in das letzte Live rein. Dann habe ich auch hochgeladen, wenn ihr mehr jetzt wissen wollt, zu meinem neuen Buch, Feuer und Flamme über Dating, meine Vorpolarität und so weiter und so fort. Das Buch, was ihr mal haben wolltet. Und heute mal eine ganz kurze E-Mail. Ich wollte mal sagen, nächsten Monat geht dann übrigens auch los, wieder Selbstliebe-Challenge. Die Drama-Fasten-Kur kann ich sehr empfehlen. Und die Manny-Challenge, glaube ich. Genau. Und ich habe auch einen Kurs zum Buch, einen dieben Polaritätskurs, findet ihr auf meiner Website. Gut, heute mal eine ganz kurze Frage. So, ich gehe mal einfach direkt rein. Hallo Christian, ich habe bereits zwei Kurse bei dir gemacht und fühle mich nach knapp zwei Jahren Dating-Pause wieder bereit. Gestern hatte ich also ein Date. Wir haben uns gut verstanden und hatten ähnliche Werte. Allerdings redete er ständig von Freundinnen und betonte auch, dass ihn die Trennung von seiner Ex mitgenommen habe. Ist das eine Red Flag? Er meinte außerdem, dass dieses Jahr noch ein Urlaub mit einer Freundin geplant wäre. Next. Danke für deine Arbeit und viele Grüße. So, jetzt muss man erst mal sagen, wenn Leute... Na, fangen wir mal mit der Ex an. Also, ich weiß nicht, warum man sowas... Das machen aber ganz viele, warum man sowas anspricht auf dem Date. Also, was soll als eine neue Partnerin interessieren, ob jemand das mitgenommen hat, finde ich völlig unangebracht auf dem ersten Date. Das ist jetzt nicht zwingend ein Red Flag, weil das so viele machen, aber völlig unverständlich für mich. Kann ich schlechtes Dating-Game auf jeden Fall, kann man auch für sich behalten. Jetzt weiß ich auch nicht, wie lange die schon getrennt sind. Jetzt muss man natürlich, will ich mal zu seinen Grundsten sagen, natürlich haben auch Männer Singles irgendein Leben. Man hat vielleicht keine Freundin und dann... Ja, guckt man sonst irgendwie, wie man Kontakte hat. Und man hat vielleicht auch platonische Freundinnen und plant mit denen was. Also, das ist sein Leben jetzt gerade. Und natürlich holt man jemanden ab aus dem Leben, in dem er gerade ist. Ich muss das mal so zu seinen Grundsten. Allerdings muss ich auch sagen, wenn das für mich jetzt andersrum so wäre, würde ich mich auf was Kürzeres... Also, wenn ich die Frau jetzt hot finden würde, würde ich denken, ja, okay, vielleicht haben wir ja ein paar schöne Dates. Aber ich verspreche mir da nichts von, weil ich weiß, da hätte ich jetzt so längerfristig... Hätte ich keinen Bock mehr mit rumzuschlagen mit, also jetzt in deinem Fall, mit anderen Frauen, die da rumspuken. Wir wissen ja, Männer sind nicht gut in platonischen Freundschaften. Eigentlich wollen die mal was anderes. Und dann fährt man mit einem in den Urlaub. Und die ganzen Kopfschmerzen, die das verursacht, hätte ich keinen Bock drauf. Also, insofern, er steht jetzt da, wo er steht. Das ist auch sein gutes Recht. Müssen wir ihn jetzt auch nicht für irgendwie runter machen oder irgendwie was. Aber, ja, also, ich denke, da gibt es bessere Setups, sag ich mal. In dem Sinne, macht die fucking Kurse, kauft die fucking Bücher, kommt in meine fucking Lesung. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben. Und wir sehen uns bald wieder.